Musik Ja, wir sind jetzt hier vom grünen Finger. Wir sind früh aufgestanden, sind alle gut drauf. Wir gehen jetzt zu unserem Blockade-Punkt. Musik Ja, hier auf unserer Blockade drum und herum ist schon die Polizei. Sie wollen uns daran hindern, dass wir hier unsere Blockade machen. Aber wir lassen uns davon nicht aufhalten. Wir sind eine Aktion zivilen Ungehorsams. Wir glauben, dass durch zivilen Ungehorsam die Veränderung stattfinden kann, die wir dringend brauchen. Wir glauben, dass die Veränderungen längst überfällig sind. Wir brauchen einen tiefgreifenden Wandel, einen Systemwandel. Und das ist der Grund, weswegen wir hier sind. Musik